Mein Spinnensinn frippiert. Hat jemand ein Spinnerich gerufen? Und damit herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge von LEGO Marvel Super Heroes! Genau. Ja, ist ja bald eh nicht mehr lange hin, nicht wahr? Ja. Genau, wo war mein Stinkling? Ach ja, falls ihr euch jetzt fragt, warum mach ich das hier nochmal? Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ja! Oh nein, er hat verloren Gesicht! Nein. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, das kommt mir doch irgendwie ja bekannt vor. Ja, ich hab den Kampf mit Dr. Doom jetzt nochmal hier quasi von vorne angefangen, gezogenermaßen in Anführungszeichen. Liegt allerdings nicht daran, dass ich es wollte, sondern eher dadurch, naja, ihr wisst ja, das Speichersystem. Man kann fast gegen Ende des Kampfes, äh, genau, man kann fast gegen Ende des Kampfes abspeichern und es wird trotzdem wieder der Fortschritt. Naja, hinterlassen. Und man fängt wieder hinten an. Also müssen wir wieder mit Dr. Doom kloppen. Jetzt sollt ihr meine wahre Macht zu spüren bekommen! Ja. Meine wahre Macht! Ich schieße Löcher in die Decke! Genau. Und wir werden alle sterben! Aber wie wir im letzten Fall ja gesehen haben, äh, tut Vakuum ja niemandem wirklich weh. Wenn man ganz schnell ist. Und dabei die Luft anhält wahrscheinlich. Genau. So. Ah, komm, dann hauen wir doch einfach mal hier mit... Genau. Ich glaub, in dem Fall müsste wohl ein Antiamantiumschild helfen. Genau. Komm her! Oder einfach nur Lego-Puzzle. Genau. Ach, stimmt ja, stimmt ja. Äh, Captain America, Rest in Peace. Nein, nicht Rest in Peace. Oh, ist das jetzt zu viel Spoiler? Genau. Musst ihr eine spezielle Plattform haben, bevor ihr Laserzug werfen könnt? Um einen Riesenschalter zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. Tja, ein Krallenschalter. Hm, was bräuchte man denn bloß dafür? Ich komm nicht drauf. Ja. Warum schaltet ihr eigentlich überhaupt dieses Video ein? Ach ja, wahrscheinlich um mein krasses Gameplay zu sehen, nicht wahr? Oder warum eigentlich? Ich versteh's nicht. Ich mein, wenn ihr... Na gut, ich mein, Leute, könnt ihr nicht einfach mal ein paar Kommentare schreiben? Ich mein, es ist doch keine große Sache. Einfach auf das Textfeld klicken? Äh, irgendwie drei Sätze reinschreiben? Du bist kacke! Oder du bist voll, voll... Warte, ich... Du bist voll steil! Oder was auch immer. Ist doch keine große Sache. Äh, naja. Ich glaub, meine Kommentare unter meinen Videos sind, äh... Ich glaub, die Chance, dass man ein Lotto gewittelt hört, als Kommentare unter meinen Videos zu finden. Oder dass jemand die Kommentare schreibt. Oh, hat der, er hat einen Spitzbart, der ist böse. Äh, mal schauen, wie ist dann... Wie ich das dann deichselt. Wie ich das dann deichselt. Bam! Bram! Hä? Was war das denn? Nimm das! Äh, mit Teilgesicht. Wer ich bin. Halle Berry! Ui, obwohl, nein, Quatsch, ist sie ja nicht mehr. Das ist jetzt sehr, sehr... Das ist ja schließlich schon sehr, sehr lange her, nicht wahr? Ach ja, apropos Filme, äh... X-Men und solche Geschichten. Habt ihr schon mitbekommen? Jaja, 20th Century Fox. Glaubt ihr, ihr könnt gewinnen. Macht sie fertig, Doom-Bots! Doom-Bots? Quatsch, das sind doch nur billige Abkletsche von hier. Abkletsche? Abklatsches? Ach, ihr wisst schon, was meine. Hier, komm! Äh, du sollst ihn eigentlich greifen? So. Ja! Nichts macht mehr Spaß, als ein Roboter das Gesicht abzureißen. Boah, in irgendwelcher Zukunft für uns den dann super, in denen arbeiten, irgendwelche niedrigen Arbeiten, auf die wir Menschen, weil keinen Bock haben, äh, von Robotern erledigt wird. Ja, ja, ich seh schon, ich seh schon von meinem geistigen Auge, die, die, die empfüllten Bürger, in Anführungszeichen, äh, auf den Straßen der Zukunft, wie sie mit ihren Schildern rumrennen und sagen, wo dann draufsteht, Echte Arbeit für echte Menschen! Ja. Äh, 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 Oder, 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 oder Robby, go home! Oder Nur ein toter Android ist ein guter Android. Oder ein, äh, Und da fliegt, äh, Warte mal, achso, das ist ja auch ein Android. Nee, ich dachte, da fliegt jetzt bis den hier rum. Oder Nur ein toter Android, Nee, ein ausgeschalteter Android ist ein guter Android. Und, äh, Tesla verpiss dich. Oder solche Geschichten. Jaja. Und, äh, Oder auch, äh, genau, Blade Runner war gar kein so guter Film. Bist du ein wenig, Aua, bist du ein wenig gereizt? Metal Face? Genau. Ja, also nicht gerade ein guter Plan, obwohl, naja gut, äh, Dooms Taktik ist in dem Sinne hier eigentlich auch nicht viel besser als die der Leute in, äh, der aktuellen Staffel von Game of Thrones. Oh, da hat der DJ mal voll ein, äh, hat der DJ mal voll einen, äh, zeitgemäßen Gag gebracht hier. Voll, voll, äh, Meter und so. Oder nicht? Nein, eher nicht. Ja, komm, wir machen hier noch, äh, wir machen hier noch unser, ähm, ja, ist das Excelsior voll, bevor wir hier beenden, ja, ja. Ah, ja, und Filme, 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 da war ja was. Ja, Marvel macht ja auch Filme, als er es nicht mitgekommen hat. Habt ihr es gelesen? Ja. Äh, bis 2022, also nur drei, nur drei Jahre sollen 22, ja, ja, die haben Asche, nicht wahr? 22 neue Marvel-Filme rauskommen. Natürlich, man muss kein Genie sein, natürlich wieder, meistens wieder Fortsetzungen, denn wir wissen ja, die Leute, äh, die Leute stehen auf das, was man kennt. Galaxy, äh, Guardians of Galaxy 3, ich sag mal ganz ehrlich, Leute, seid doch mal ganz ehrlich, Leute, habt ihr die Guardians vorher gekannt, vor dem Film? Ich glaub nicht. Ich glaub, die meisten würden wahrscheinlich, wenn sie jetzt die, ähm, Cartoon-Version, äh, nee, Cartoon, Quatsch, die, ähm, obwohl Cartoon gibt's davon ja auch, ähm, die Comic-Version von denen sehen würde, weil wahrscheinlich die meisten Leute sagen, hö, wer sind das, wer sind die denn? Im Vergleich zu dem Film. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass der, der gute Quill, unser, bei Knight, bald zukünftiger, genau, Chris Wetz, schräglich bald zukünftiger Indiana Jones, äh, ja, ich glaub, in dem Comic sieht er doch, glaub ich, ganz anders aus als in dem Film, ne? Der hat ja doch diesen, diesen schwarzen, diesen goldenen Helm und diese schwarze Gesichtmaske mit den weißen Augen und so weiter und dann kann er mit durch den Weltraum fliegen und sowas. Oder, so, und Gamora trägt natürlich irgendeinen, äh, irgendeinen, irgendeinen kapuzen Hoodie mit natürlich viel Ausschnitt, ja. Ja, ja, wenn die ganzen Charaktere aus diesen Marvel-Comics ihre Original-Kostüm betragen würden, dann würden wieder einige leicht, äh, ja, sagen wir mal, sehr schnell getriggerte Leute ziemlich schnell, ja, das geht doch nicht, das ist sexistisch, genau, das lehrt junge Leute, dass, Mensch, dass Frauen nur Sexobjekte sind, die können nicht unterscheiden von Realität und Film, nein, und die wenn in einem Film auch jemand auf dem Computer, nee, Quatsch, aus dem Film, im Computerspiel oder im Film jemand, äh, Leute, die da moxelt, äh, moxelt, äh, mexelt, dann, mexelt, 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 genau, dann machen wir das natürlich auch in echt, ja, äh, ja, genau, kommen jetzt all die ganzen Filme raus, aber, naja, muss ich auch sagen, ich meine, es ist, es ist, ähm, es ist Disney, Disney, wir haben die, die, wir haben die Milliarden im Keller, genau, die können sich das leisten, 22 Filme für das Kino rauszuhauen, bei anderen ist das schon, bei anderen, die müssen das schon krebsen und, äh, krebsen, mit Hieben und Wirken, äh, Geld zusammenkratzen, um irgendwelche Filme machen zu können, speziell hier in Deutschland, ja, ja, Filmförderung, könnt ihr mir bitte meinen Film, äh, wie heißt das, meinen Film fördern, ja, wo geht's denn da, ja, um Zombies im Wald, oh, das geht nicht, oh, das können wir leider nicht machen, warum nicht, ja, wir machen nur Sachen, die wir auch auf ARD und ZDF bringen können, oder auf irgendwelche Festivals, oder, indem wir, ähm, Schweighöfer und, äh, Schweighöfer und Buddy, äh, Till, Till Schweiger und, äh, sein Buddy, genau, seine Buddies unterbringen können, oder irgendwas mit Zweikräg, oder DDR, genau, denn in diesem Land sind ja eh nur zwei Sachen passiert, ja, genau, geschichtlich relevante Sachen passiert, äh, Zweiter Weltkrieg, na gut, da gab's auch einen ersten, aber, naja, und dann noch, äh, was war noch, ach ja, und natürlich, äh, Waraufall, und irgendwas mit Kriegsballen, vermute ich jetzt einfach mal, genau, ja, ja, und, ja, da sind einige Sachen dabei, wo man sagen kann, natürlich, äh, die offensichtlichen, hier, Fortsetzungen, Doctor Strange 2, Guardians of the Galaxy 3, äh, nein, falsch, oh, ich funziere das auch, äh, genau, man, mach ein Schild aus, 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 äh, Spinnenweben, das wär cool, kriegen wir das doch voll, ach komm, ich glaub, wir kriegen das doch hier, genau, und, und, ach ja, der Black Widow-Solo-Film, hm, äh, mal schauen, wie der wird, ich bin Black Widow, ich kann nichts, aber ich seh dabei cool aus, ich hab keine Superheldenkräfte, aber ich seh cool aus, und wenn der Hulk mich nicht erwischt hätte, dann hätte er mich wahrscheinlich gespalten, äh, gespalten wie, äh, ein Stück Holz, genau, in Avengers, den ersten Avengers-Filmen, bist du am Ende, so, ja, aber da sind noch ein paar interessante Sachen dabei, wie zum Beispiel, was wäre da, ach ja, irgendwas mit X-Men wäre zum Beispiel, glaub ich, da auch noch ein Gespräch, obwohl, da ja, da momentan nichts draufsteht auf der Liste, irgendwas, Indiana Jones, mhm, hab ich ja schon erwähnt, und, äh, ach ja, da war ja noch dieser, soll es ein Horrorfilm sein, soll es kein Horrorfilm sein, genau, Wow, The New Mutants, seit 2018 in Produktion, das ist immer so ein gutes Zeichen, wie, wie kann das sein, niemand besiegt Doom, außer Doom sich selbst, ach ja, wollt ihr euch einer von ansehen, oder wollt ihr eigentlich sagen, wollt ihr eigentlich sagen, dass nach Avengers Endgame ist jetzt irgendwie so, der High, der High Peak erreicht, erreicht, erreicht von, ähm, naja, was Marvel, ja, ist das, die ganzen Marvel-Geschichten anbelangt, ich weiß ja nicht, ne, ist die, ist die Marvel-Blase irgendwann so dick, dass es irgendwann nicht mehr zieht, beziehungsweise der Markt so übersächelt ist, obwohl, das sagen alle Leute ja eh schon, yeah, und jetzt lass mal ziehen, genau, ist das eigentlich ein, ein, ach, das ist wahrscheinlich ein Mega-Dude-Bot, naja, vielleicht besteht dadurch dann die Chance, dass wir zumindest eine gute, Fantastic Four-Verfilmung kommen werden, ach ja, und schaut nicht, und schaut nicht den Trailer von Far From Home, nein, nicht wegen dem Spoiler zu, nicht wegen dem, offensichtlich, nee, dem Spoiler, naja, war offensichtlich, naja, gewissermaßen schon, ich meine, irgendwie hat er, irgendwie musste er sterben, ähm, weil sein Vertrag ausgelaufen ist, ähm, ja, ähm, oh, da steht, da fliegt der Sally, ja, hallo, genau, nach Hause telefoniert, genau, falsches Franchise, genau, nein, nicht wegen dem Spoiler zu Endgame anfangen, wo er auch nochmal sagt, bitte schaut diesen Trailer nicht, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, sondern wohl eher wegen, äh, naja, man sieht jetzt nicht so viel Neues, vergleich zu den alten Teaser, Meine perfekte Maschine! Ja, so perfekt! Ich werde euch zerstören! Genau. Und der wird nie besiegt! Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Label, äh, Level freigeschaltet. Dr. Doom. Oh ja, ihr seht es, äh, Doom-Bot V-Serie, ah, interessant. Ja, da sind noch einige offen. Aber für den X-Helter hat es leider nicht gereicht, oder? Nein, hat es leider nicht. Ja, seht es euch an, so viel Geld werden wir nie in der echten Leben zu sehen bekommen. Ach, komm schon! Ja, und, äh, genau, Mini-Kids, die man eh nicht alle bekommen kann, wenn man nicht zwischen den Charaktieren wechseln kann. Und nochmal zwei Goldene. Ein, wär's nur ein Goldener? Verdammt! Obwohl, vielleicht hätte ich noch einen Goldene gekriegt, wenn ich einen Excelsior gekriegt habe. Das mag, das macht Lego... Ist das noch ein Controller, oder warum? Verdammt! Das macht, das macht Stanley traurig. Was ist jetzt passiert? Ah, verdammt! Ah, scheiße! Ich hab schon zu oft gespielt mit hier, äh, genau, äh, Lego-Mor-Bel... Lego-Mor-Bel-Super-Heroes! Das macht man ja wieder, äh, während ich war. Und diversen anderen Geschichten mit Controller. Bruder Loki, Dooms Plan ist gescheitert. Gib seine Waffe auf! Dooms Plan! Eine Waffe! Über Blitze magst du verfügen, über Fantasie hingegen nicht. Er ist eben nicht das hellste Licht. Irgendeinem Götterheim. Falls ihr es vergessen habt. Ein schöner Hut! Ja! Galactus, der Planetenfresser. Glaub ich kaum. Halt mich fest! Ach, geh zurück zu deiner Serie! Ruhmmer! Endlich kann ich mich auf eurem jämmerlichen Planeten rächen! Ich werde mir die Macht von Galactus zu Nutze machen! Er wird die Erde zum Frühstück verschlingen und mir zum Mittagessen helfen, die Kontrolle über Asgard zu erlangen! Aber rum! Dass der sich mal nicht den Magen verstimmt! Das ist ganz schön viel Protein! Selbst für einen Typen wie ihn! Ich bin bei ihm! Bist du das wirklich ernst, Bruder? All das ein trauriger Racheplan für die Erde und für Asgard? Ja, Bruder. Ich habe meinen Rachefeldzug aus dem Gefängnis heraus geplant. Ich habe nachgedacht, geplant und Dr. Dumm erfolgreich von meinem Plan überzeugt. Und ihr ahntet nichts. Welch genialer Zug von mir! Naja... Er ist der Gott der Täuschung. Was erwartet man? Okay, Leute. An die Arbeit! Avengers, versammelt euch! Im Englischen klingt es irgendwie besser. Ping! Jetzt wenn man mit Erbsen auf den Blauwall schießt. Einen Space Blauwall. Keine Sorge, Leute. Denen geht es gut. Wir wissen ja, Vakuum betötet nicht. Und Erd-Atmosphäre existieren auch nicht. Der war noch nicht abbezahlt. Ja, ein riesiges Alienwesen will mit Hilfe eines altnordischen Gottes unseren Planeten fressen. Ich bin dran! Danke für Ihren Anruf bei S.H.I.E.L.D. Bitte warten. Danke für Ihren Anruf. Bitte warten. Männer, es sieht nicht gut aus. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Sie müssen ein bisschen flexibler im Denken sein, Direktor. Vielleicht können diese unguten Typen helfen. Technisch gesehen ist das aber wohl auch eine ungute Idee. Sehr ungut. Ich meine, wenn es die Erde nicht mehr gibt, wen sollen sie dann mit ihren bösen Machenschaften bedrohen? Sich gegenseitig? Hallo? Dark, hier ist Nick Fury. Ich habe dir und deinen Freunden einen Vorschlag zu machen. Woher hat er seine Nummer? Steht wahrscheinlich ein Telefonbuch für Bösewichte. Holte Bomination und Magneto und bringt sie zu Du. Klingt nach einem riskanten Abenteuer. Und ich liebe riskante Abenteuer. Das ist steilisch. Und der Controller ist schon wieder ausgegangen. Verdammt! Ich sollte mal nachfüllen. Ja, Leute, merkt euch das ja auch immer. Controller immer mal nachprüfen. Obwohl, wie geht man sowas überhaupt? So. Ah, okay. Ja, ich bin zumindest froh, dass sie keinen Gag gebracht haben im Sinne von... Oh, guck mal, da ist Galactus! Hey, Moment, warum sieht er nicht aus wie eine riesige, große Wolke? Hm. Ja, den wollen wir... Diese Version von Galactus, die wollen wir mal lieber... Ja, sagen wir mal so. Unter den galaktischen Teppichkern. Sagen wir mal so. Gut, Leute. Ja, dann heißt es dann in der nächsten Kampf... Äh, nee, in der nächsten Kampf. Obwohl, jede Folge ist ein Kampf. Wenn es nicht gerade ein Dungeon-Lauf... Äh, wenn es jetzt nicht gerade ein Dungeon-Run mit Schalter-Rätseln ist. Ach, ja, ja. Ich hoffe bloß noch bei, ähm, anderen Marvel-Lego-Spielen, beziehungsweise anderen Lego-Spielen, die wir ja noch auf dem Plan haben. Oder ich zumindest auf dem Plan habe. Ja, 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 ich weiß. Ihr habt es wahrscheinlich in den letzten Folgen ja eigentlich schon gehört, genau. Ähm, DC Williams, wo man die Bösewiche spielen kann. Also die interessanten, äh, Charaktere in, äh, DC-Universum. Ja, ich weiß, da gibt es auch ein paar Superhelden, die vielleicht auch, äh, die gut sind oder zumindest gerade einen Film bekommen haben, der nicht auf Mittelmaß, äh, ja, mittelmäßige Kritiken gestoßen ist. Aber, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Bin ich der Einzige, der, wenn er bei DC, beziehungsweise am Batman, Batman denkt, dass er da meistens eher die ganzen Bösewichte auch im Kopf hat? Obwohl, wenn man DC eh nicht groß verfolgt. Naja, gut, also Leute, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von, ähm, LEGO Marvel Superheroes! It's let ready to run! Ach, egal. Ja, Gott, ist das peinlich. Na gut, also, wir sehen uns dann und ich wette gleich dieser Controller wieder aus. Ja, da muss ich mal nachfüllen mit diesen High, was heißt das? Hey Energy, genau, geschrieben H-E-I-Batterien. Ja, ja, 2000, wiederaufladbar, 2000 M, H, ja, also, H, 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 was heißt das? Ampere, genau, Milliampere, ja, bis zu 16 Stunden, was steht da? Bis zu 16 Stunden, äh, genau, genau, normaler Leistung, bis zu 16 Stunden, genau. Ja, ja, da kann man schon, und da sind vier Stück drin, also, 64 Stunden Energie, ja, Controller, da kann man schon mal was reinzahlen. Na gut, also, Leute, ja, und das auch noch als Testsieger von Stiftung Warentest, warum steht das eigentlich nicht drauf? Hm, ja, nicht einfach nur denken, allen weißen Willis ist, ist gleich schlecht. Okay, also, Leute, sehen wir uns dann in der nächsten Folge und, ähm, ja, was soll ich sagen? Ach, ja, Assemble! Und, ähm, ja, genau, schaut euch vielleicht mal, äh, sagt mal, vielleicht, wie ihr euch einen Marvel-Film jetzt, äh, nochmal auf die Pfanne habt, oder auf den Plan habt, entgegen, was soll aber von gut, ob der jetzt sagt, ob das so gut ist, oder ob ihr jetzt hier irgendwie jetzt noch bergab geben könnt, nur noch mit, nach dem High Peak mit Endgame. Also, Leute, wir sehen uns dann, bis dann, ciao! Ciao!